So, Mordoratz, bist du ready? Mordoratz ist ready. Tim, Tim ist ready. Let's go! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, fuck. Fuck, warte, warte, ich muss eigentlich noch freigeben. Okay. Voll schiefgegangen. Fuck, Leute, sorry, das müssen wir nochmal rückgängig machen. Das ist schiefgegangen. Mein Fehler. Mein Fehler. So, nochmal, Wiederholung, Wiederholung. Mordoratz. Mordoratz. Äh, und Tim. Okay, jetzt. Let's go! Let's go. Uuuuh, Tim eskaliert komplett. Tim eskaliert komplett. 1-0 für Tim. 1-0 für Tim. Ui. Nie den Schiedsrichter angreifen. 1-0 für Tim. Kampf Nummer 2. Wir warten auf Mordoratz. Ready? Round 2. Tim, ready? Let's go. Kampf Nummer 2. Schöner Chamber. Hit. Chamber. Oh, da kommt hier der zweite Drag von rechts. Von Tim. 2-0 für Tim. 2-0 für Tim. Mordoratz. Ready? Nummer 3. Round 3. Tim, let's go. Let's go. Fight. Oh, Banner Gaming. Dankeschön für den Verlust. Flawless Victory. Oh, der holt sich das 3-0. Holy Crap, Mann. Er, nein. Er dragt sich das 3-0. Tim, hol's er. Glückwunsch. Friesen. So, Leute, macht einer von euch den Schiri schnell. Wär super nice. Musik bitte leise. Macht einer von euch den Schiri? Ja, oh, da kommt einer. Da kommt noch einer. Nice. Jipping. Super nice. Super nice. Auf einen guten Kampf, Friesen. Auf einen guten Kampf. Let's go. Get over here. Let's go. Guck sich alles an, ob alles sauber ist. Ach so, dass er hinter der Linie soll. Friesen wollte mogeln. Macht voller Linie. Ich bin hinter der Linie. Alles klar, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Round 2. Fight. Holy crap, man. Alles sehr close hier. 1 zu 1 gegen Friesen. Did you? Round 3. Fight. Oh. Oh. Wieso trifft er damit? Shaped. Oh, das ist close jetzt bei mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig close jetzt. Fly. Friesen. Gigi. Schön gekämpft. 2-1 für Friesen. Okay, let's go. I'm ready. Ready. Round 4. Fight. Cheaping. Let's go. Let's go. 2-2 für Friesen. 2-2. Holy crap. Let's go. Final round. Fight. Ich muss lachen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Konzentration. Okay. Nein, da falle ich auf seine Pinte rein. Ich gehe komplett durch. Nein. Nein. GG. Freezen. GG. Freezen. Schön gespielt. GG. GG. Der Hauptfavorit. Leute, der Hauptfavorit ist down. Der Hauptfavorit ist down. Leute. Damit ist der Weg nach oben jetzt frei für euch. Der Hauptfavorit ist down. Ist gerade down gegangen. GP'n good. GP'n good. Is ready? Is ready. Tomix. Is ready. Is ready. Leute. Let's go. Fire. Spiel Nummer 3. Let's go. Und der Hit von Jipping. Hit von Tomix. Uh, Dopplet. Oh, das O. Die beiden geben sich gerade nichts. Schöner Chamber. Block. Und der Drag hittet ihn. Er kann noch weiter kämpfen. Greift doch an. Und er greift nicht an. Er hätte noch mal hitten können. Er hat das. Gefällt es euch nicht? Unterhalte ich euch nicht? Seid ihr nicht deshalb ihr? Äh, Tomix aka Tim. Ready. Äh, Jipping. Ready. Leute, let's go. Fight. 1-0 für Jipping. Zweite Runde. Schöner Chamber. Uh, da wieder der Hit. Beide geben sich nichts. Chamber. Hit. Ich bin gespannt. Oh, 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 oh. Da geht er down. Jipping 2-0. GG. GG. Äh, Tim gegen Jipping. Jipping führt mit einem 2-0. Wir warten, dass die Kontinenten ready sind. Wobei Tommy hat ein geiles Perk. Wir sind gespannt, ob das noch zum Einsatz kommt. Stimmt. Round 3. Alles klar, alles klar. Let's go. Runde Nummer 3. Runde Nummer 3. Letzte Chance für Tim. Hier nochmal was zu reißen. Und da kommt der Drag-Hit schon wieder. Stich danach. Direkte Kombo. Und er kommt da hit. Oh, der Armistick boxt ihn. Oh mein Gott. Er hat sich schlicht hinweg. Die Schieber. Die Schieber. Das Boxen hätte jetzt auch nicht gereicht. Das Boxen hätte auch nicht gereicht. Jipping freut sich richtig. Jipping freut sich richtig. Zitzi, Zitzi. Was macht denn Killerhase? Okay, Killerhase. Amstatt, Amstatt. Alles klar, alles klar. Ich glaube, er hat irgendwie traurig. Hat was im Auge gehabt. Killerhase. Kadi, Kadi hierhin. Hierhin, hierhin, hierhin. Genau. Alles klar. Kadi, ready? Ready? Einmal drehen zum Bestätigen. Ja. GG. Äh, Killerhase. Ready? Ist ready. Okay, Boys and Girls. Let's go. Letztes Viertelfinale. Auf geht's. Möchte einen sauberen Kampf sehen. Ja, und er kickt. Das muss sein. Und er kittet Killerhase. Schöner Angriff. Holy. Kadi weiß, wie er es macht. Gegen Killerhase. Killerhase Ultra-Sherry. Hatte ich nicht damit gerechnet. Das Killerhase so viel einsteckt hier. Holy Crap. Kick daneben. Der Stich. So wie er es immer gemacht hat, Killerhase. GG. Sobald ein Kick daneben geht, geht der Stich raus. Kick daneben und Stich und er holt sich den Kill. Okay, Kadi ready? Kadi ist ready. Äh, Killerhase. Runde Nummer 2. Let's go. Let's go. 1 zu 0 für Killerhase. Let's go. Vorsicht. Jetzt müssen wir uns ganz genau angucken hier. Ach, ich bin eh raus. Fuck. Killerhase regt einen Hit ab. Schon wieder. Okay. Okay. Oh, das Schild geht raus und er holt sich. Der ist 1 zu 1. 1 zu 1. Kadi. 1 zu 1. Killerhase. Ready? Ready? Killerhase ist ready. Kadi. Kadi. Kadi ist ready. Ladies and Gentlemen. Runde Nummer 3. Runde Nummer 3. 1 zu 1. Hit. Hit. Jo. Er lässt den die Summina wieder gewinnen. Oh, und der Killerhase holt ihn. Kadi kommt zurück. Kadi, bist du ready? Kadi ist ready. Killerhase. Ready? Killerhase ist ready. Runde Nummer 4. Let's go. Runde Nummer 4. 2 zu 1 für Killer. Also 2 zu 1 für Killerhase. Killerhase kann es jetzt beenden. Kadi braucht den Sieg. Kadi braucht diesen Sieg. Er spielt wieder auf Stamina. Und Kadi kriegt den Hit ab. Kadi spielt auf Stamina, meine ich. Er hat es super gemacht im ersten Match. Schafft es aber nicht, um es zu wiederholen. Das ist Regen. Das ist Regen. Jetzt hat er sein Stamina wieder. Das ist jetzt wieder von vorne. Ich weiß nicht, warum Kadi das nicht wiederholen möchte. Oder nicht kann mit deinem Stamina. Oh, schöner Kit. Mit dem Kick. Schön. Ah, jetzt reikt rein. Der muss doch viel Stamina verloren haben, oder nicht? Er lässt langsam angehen, diese Runde. Er lässt langsam angehen. Gut, er ist auch riskant für ihn. Weil wenn er die Runde verliert, ist er komplett raus. Schöner Kick. Oh, der Schilder-Stack. Der hat er. 2 zu 2. Oh mein OMG. 2 zu 2. Finalspiel. Finalspiel. Und sie machen einen Seitenwechsel. Kadi ist ready. Kellerhase. Kellerhase ist ready. Letzte Runde, Entscheidungsrunde. Bei einem 2 zu 2. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, wie sie sich hier beschnuppern. Leute, ich kann nicht sagen, wer das jetzt macht. Das ist absolut offen. Wenn Kadi es nochmal schafft, diesen Stamina-Kampf zu gewinnen. Da hat er es. Er hat es aber, er hat sich schwer getan beim 2. und 3. Kampf. Frage ist, ob er das mal wiederholen kann. Gerade macht er es wieder. Kadi geht auf Stamina. Kann Killer das countern? Das wird knapp, Leute. Oh mein Gott. Wir gehen close. Wir gehen close jetzt mit Stamina. Und er lässt ihn regenerieren. Warum? Er lässt ihn regenerieren. Regen ist da. Komplett. Es geht wieder von von los. Das verstehe ich nicht. Vielleicht waren sie beide down. Vielleicht war, äh... Kadi muss selber down gewesen sein. Das ist es. Schöner Hit. Oh, Killerhase macht es. Und Killerhase macht es. Holy God. GG. GG. Glückwunsch zum Sieg. Super eng. Engste Runde bis jetzt. Die wir hatten. Freezen. Ready? Freezen ist ready. Versus Tim. Tim ist ready. Erste Halbfinale. Erste Kampus. Erste Runde. Erste Halbfinale. Let's go. Tim hittet Freezen. Beides Hardcore-Drager. Und er dragt ihn komplett weg. Tim. Zweite Runde. Freezen. Selbe Strategie nochmal. Tim. Selbe Strategie. Und letzte Runde 2. 1 zu 0 für Tim. Runde 2 ist eröffnet. Let's go. Direkt wieder der Drag-Hit. Oh, und er macht 2 Drag-Hits. Er macht 2 Drag-Hits. Und killt ihn damit. 2 zu 0 Final-Runde für dich. Wenn du diese Runde gewinnst. Tim ist ready. Freezen ist ready. Selbe Strategie bei beiden. Let's go. Runde Nummer 3. 2 zu 0 für Tim. Und wieder ein Drag-Hit. Und wieder 2 Drag-Hits. Flawless Victory. Wieder 2 Drag-Hits. Was soll ich sagen? GG Tim. Dominiert in dieser Runde. Dominiert. Die Laute geht raus. Was habe ich gesagt? Jeeping God gegen Killer-Hase. Jeeping God. Killer-Hase. Alles klar. Beide sind da. Beide sind da. 2 Halbfinale. Geht raus. Wir geben die Runde frei. Let's go. Let's go. Killer-Hase. Und der schöne Kick gegen Killer-Hase hier wieder. Kick geht daneben. Und der wird nicht bestraft. Der Stich geht dann. Jetzt im Nachhinein noch der Step. Der Hit. Und wieder Kick geht daneben. Und wieder nicht bestraft. 2 Kicks, die daneben gegangen sind, die nicht bestraft wurden. Mega. Und er holten sich. Killer-Hase. GG. Holy Crap. 1 zu 0 für Killer-Hase. Glückwunsch. So. Zweite Runde. Jeeping. Are you ready? Jeeping is ready. Killer-Hase. Killer-Hase. Killer-Hase is ready. Wir geben die Runde frei in drei. 2. 1. Go. Runde Nummer 2. 1 zu 0 für Killer-Hase. Let's go. Runde ist freigegeben. Und er geht auf Mord. Auf Kurzgriff. Ey. Nee, 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 nee. Scheiben die Samina-Kampf werden hier. Von Jipping. Und er geht raus von Jipping. Ja. Ich glaube, er will den Samina-Kampf hier gewinnen. Aris, wie geht's? Ich hoffe, alles gut bei dir. Wir haben heute ein Turnier gemacht. Auf spontan. Oh, oh, oh. Auf spontan. 10 Euro für den Sieger. Ist dem Gutschein. Gehr gar mitmachen. War kostenlos. Ich habe spontan am Anfang des Streams gesagt. Leute. Wer rein will, kommt rein. Ach. Oh, und da geht der Samina. Kriegt tatsächlich raus. Aber ein Killer-Hase. What the hell war das denn? Jipping good. Aber wir machen das nochmal. Wir gucken heute, was alles schief geht. Ja, ja, ja. Are you ready? Und dann, ähm. Round 3. Let's go. Runde Nummer 3. 1 zu 1. Runde ist freigegeben. Am liebsten würde ich danach direkt noch eins machen, Leute. Schön. Schöner Block. Uuuuh. Uuuuh. Jipping stark angeschlagen jetzt. Und der Schlag, äh, der Tritt geht daneben und wird direkt bestraft durch einen Step. Killer-Hase mit das 2 zu 1. GG. Äh, Jipping good. Ready. Jipping good is ready. Jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Muss ich gerade sagen. Killer-Hase ready. Round 4. Killer-Hase ready. Runde geht raus. Runde Nummer 3. Ich bin 2 zu 1 für Killer-Hase. 2-Match-Schwerter für Killer-Hase. Und let's go. Let's go. Schöner Tritt. Und der Hit ist auf den Kopf. Wenn er das noch mal schafft, hat er ihn. Und dann mit dem Ausgleich für 2 zu 2. Und Jipping braucht den Kill jetzt. Er braucht ihn. Uh, und dann kriegt er einen Step-Up. Und dann kriegt er einen zweiten Step-Up. Und dritten, den dritten Block da. Und er kriegt einen dritten Step-Up. Und damit Killer-Hase. Mit dem 3 zu 1. GG. GG. Ein bisschen lauter für dich. Ladies and gentlemen, ähm, please, Friesen and Jipping good. Please come to the arena, please. Friesen and Jipping good, please. To the arena. Er hat den Deutsch. Ja, ja, meinte Brave Dave auch eben, ne? Dass das, dass der Deutsch das Ganze nochmal erschwert. Okay, ähm, Spielenplatz 3. Seid ihr schon ready? Jipping good, ist ready. Friesen, ist ready. Leute, Spielenplatz 3. Jetzt kommt der erste Treppchen, äh, Kandidat. Wir geben die Runde direkt frei. Let's go. Let's go. Friesen und Jipping. Ach so, Brave Dave. Friesen hat auch eine super, äh... Uuuuh, da holt sich Jipping den Sieg. Da holt sich Jipping, äh, des 1 zu 0. GG. Jipping. Friesen. Ready? Friesen ist ready. Äh, Jipping good, ist ready. Runde Nummer 2. Geht raus. Let's go. Oh. Wieder diese langsamen Tracks, die Friesen überraschen. Vorhin bei Tim auch und der zweite langsame Track. Friesen muss jetzt nachziehen. So, ready? Friesen ist ready. Jipping good. Jipping good, ist ready. Runde Nummer 3. Geht raus. Let's go. Good luck euch. Mit way to death and glory. Wow. Schnell weg hier. So schnell weg. Wie haben wir denn noch? Schöne Drags von beiden hier. Guck dir das mal an. Sie blocken sich gegenseitig. Die Meister der Drags. Friesen hält jetzt schön. Geh ihm. Kriegt den Hintergrund. Wüste unten. Und das Schwert ist raus. Und der boxt ihn. Friesen. Lol. Lol. Leaping. Sie hat sich das Schwert. Boah. War das tief. Boah. War das tief. Richtig, richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Mega spannend. Logischerweise unsere beiden. Ah, sind schon beide da. Unsere beiden top Konterenten. Wir hauen nochmal das Kriegshorn raus für diese beiden hier. Auf unserer Linken. Killerhase. Killerhase mit dem Schild. Mit seiner eigens entwickelten Strategie hier. Mit dem Stab, Schild und Ausweichen. Was es den Leuten wirklich das Leben schwer macht. Auf der anderen Seite Tim. Mit den ultra krassen Mega Dracks. Die Leute wurden teilweise instant getushottet. Er macht es wirklich unglaublich gut mit seinem Körpermovement. Der Schlag bei ihm kommt nicht aus dem Schwert. Er kommt wirklich aus dem ganzen Körper. Macht es richtig nice. Also beide verdient im Finale. Kann man nicht anders sagen. Die beiden besten Krieger jetzt hier im Finale. Leute, wir öffnen die Runde. Ich freue mich auf euch. Let's go. Let's go. Step von Kase. Und der Mega-Track. Das funktioniert natürlich nicht so. Und der Step geht raus. Und der Kick. Holy Crap. Er holt ihn sich. Genau das, was Aris gesagt hat. Find den Schlag in den Kick. Und er macht es. Also Killerhase. Ready. Red noch mal als Sicherheitshalber, dass ich 100% weiß, dass du ready bist. Wir warten, dass er 100% ready gibt. Killerhase ist ready für die zweite Runde. Tim. Tim ist ready. Und los geht's. Runde Nummer 2. Tim mit dem 1-0. Killerhase braucht den Ausgleich hier. Gar keine Frage. Und der Kick kommt wieder raus. Kickstep. Schön. Mega-Tracks. Da kann er gut gegenhalten. Aber diese Kicksteps. Kicksteps. Wie Aris hat er es gesagt? Ja, das ist 100%ig. Step. Aber es ist schwierig. Man merkt es, ne? Die beiden tun sich schwer. Ist nicht so ein easy... GG. Runde Nummer 3. Tim ist ready. Äh... Äh... Hase. Hase. Hase ist ready. Runde Nummer 3. Äh... Let's go. So. Zwei Matches später. Für Tim und Tim holt sich direkt den Kick... Äh... Step wieder. Schöner Drag. Konnte der... Und wieder der... Oh mein goodness. Oh. Flawless victory. Mein goodness. Tim. GG. Tim hat es geschafft. Tim hat es geschafft. GG. Glückwunsch zum Sieg. Tim, der Sieger des Klamm-Turniers. Im Finale. Mit einem 3 zu 0. Dominiert. Ich habe irgendwas im Kopf. Äh... Ein 3 zu 0 dominiert. Er hat die Taktik, äh... Durchschaut. Und hat als erstes hier den Killerhasen besiegt. GG. 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 Leider, leider Killerhasen. Äh... Mit einem 0 sogar. Richtig krass. Äh... Erklärt ruhig, was passiert ist. Ich möchte mich... Mich würde sehr interessieren, was hier... Äh... Das sind die... Die Finten-Kicks gewesen. Das sind die Finten-Kicks gewesen. Und Kiwi, aka Tim hier. Captain Kiwi mit dem 3 zu 0. GG. Glückwunsch zum Sieg. Und damit... Steht's fest. Unser Sieger Tim. GG. Ich will alle Teilnehmer fürs Mitmachen. Ich denke mal, wir haben gut was mitnehmen können. Wir werden... Ähm... Ich denke sogar nächsten Samstag direkt... Das nächste Turnier machen. Ähm... Ich werde das dann mal ankündigen. Ich werde das dann mal ankündigen. Untertitelung des ZDF, 2020